Es scheint, als hätten wir den höchsten Berg erklommen hier in The Kedamer Takeover 64. Ich hab mich jetzt nochmal zu der roten Münze begeben. Da oben ist eine Röhre, die führt zum, ich glaub, 13. Kurs. Ich guck nochmal. Oder, wobei, nee, da geht's auf jeden Fall weiter, da werden wir auch später mal nachgucken. Wenn wir dieses Level jetzt Ende gespielt haben, denn uns fehlen ja noch drei Sterne. Ich weiß gar nicht mehr. Ein Ausrufezeichenstern, einen 100 Münzstern, den haben wir auch noch nicht. Und einen roten Münzstern und einen normalen Stern. Boah, ist das wenig. Also, das merke ich erst jetzt, ne. Also, davor hab ich nämlich gedacht, zwei normale Sterne, aber der rote Münzstern zählt ja auch dazu. Ja, also, es ist wirklich nur ein One-Way-Level. Ja. Die Bombe, die springt auch in den Tod, allerdings wollte ich die rote Münze haben. Aber dafür explodiert sie halt da oben. Achso, das ist der Schatten von der roten. Ja, okay, dann können wir hier wieder nach oben und nochmal runterspringen. Das ist sehr toll. Ich bin ja eigentlich gar kein Fan von diesen, ja, von solchen Abschnitten, wo man Schaden nehmen muss. Das ist ja eigentlich nicht, hier ist kein Muskelschaden zu nehmen, aber man kann Schaden nehmen. Ist halt nicht sicher, ne, ist klar. Also, ich meine jetzt solche Stellen, wo man über Lava springen muss, um weiterzukommen. Ich drück mal kurz zweiter Slot, F5. Und, äh, damit wir hier auch einmal genießen können, wie wir in den Chakya reinspringen. Und wie er uns wirft. Das ist nämlich ein Ding, ach, guck mal, gleich nochmal, weil es so schön war. Ach, das ist doch so toll. Niemals war es schöner, vom Chakya gegriffen worden zu sein, als jetzt. So, hier nochmal F5. Ich muss aufpassen, da ist nämlich Flyguy. Habe ich gerade irgendwo gesehen. Gut, allerdings fällt wieder die Hälfte der Münzen runter. Der Münzen runter. Nein, und ich fall runter. Ja, eigentlich war es nicht die Hälfte, aber man kann ja gerne übertreiben. Also, die Wolken, die sind so ein bisschen hoch. Also, wenn ich das jetzt so sehe. Hier so die Wolke, die hat so eine klare Spitze, wie so ein Eisberg. Das ist so ein bisschen komisch, weil Mario verschwindet hier praktisch in der Wolke. Ja, das ist halt so komisch. Gut. Da drüben ist auch schon der Stern. Ja. Der ist ganz einfach zu kriegen. Es sei denn, es ist natürlich ein Fake-Stern. Das kann immer mal sein. Würde ich hier auch mal mit rechnen. Was war das denn? Okay, da war anscheinend irgendwie eine Fläche nicht da. Ich kann ja mal so gucken, ob da... Nö, anscheinend sind da alle Flächen. Ja, muss man mal aufpassen, dass man hier nicht stirbt. Anhand von nicht vorhandenen Polygonen. So, hier haben wir den 100-Münz-Stern. Der ist schon mal... 100-Münz-Stern. Wie schnell ich das immer ausspreche. Ich versuche hier so durchzuhaspeln und... Letzten Endes versteht mich keiner. Ist klar. So, hier kommen wir nach oben. Rote Münzen for the win. Wir suchen immer noch welche. Ja, und ich gehe einfach mal davon aus, dass diese... ...blaue, lila, gelben Ränder vom Level hier... ...ja, überhaupt nichts aussagen. Wobei, ja, also, dass wir sie nicht betreten können, weil sie irgendwie... ...zur Verschönerung da sind. Ist ja auch toll, so. Ja, also, das ist ja auch... ...hat ja auch was mit Textur zu tun. Das ist jetzt nicht so, dass er... ...jedes... ...alles voller Polygon. Ist dann einfach so ein Ring aus... ...ner Textur, die eigentlich... ...richtig gut getextschirmappt ist. So, hier haben wir mal die rote Münze. Die hätte ich auch noch gerne. Also, schon gut getextschirmappt. Wenn man das hier so sieht. Ja. Weil normalerweise, wenn man... ...mal eine Textur reinsetzt, dann... ...ja, da geht sie einfach in eine Richtung. Aber hier wurden die... ...wurde der Ring richtig aufgeteilt und nochmal... ...also in die einzelnen... ...ja, wie nennt man sie? Kanten aufgeteilt, so. Man hat einfach einzelne Wege dazu... ...gemacht, dass man das aus... ...so Textur meppen kann. Also, das ist schon viel Arbeit. Es ist mehr Arbeit, als einfach nur so einen kleinen... Ach, scheiße, jetzt bin ich wieder hier. ...als einfach nur so ein kleines Ding reinzubauen. Das ist natürlich sehr toll, wenn man keinen Self-State mehr setzt, ne? Ist... ...ist ein Traum. So, hier nochmal hoch. Hier kann man auch nochmal ganz viele Münzen sammeln. Obwohl, hier kommt ja noch eine Bombe. Ach, bitte stirb. Man kann sich auch durch solche Kanten glitschen, indem man... ...ja, die Bombe auf einem zulaufen lässt. Das ist recht nervig, das gebe ich zu. Wenn man so durch die Wand geglitscht wird durch so eine Bombe, das nervt schon. So, man konnte hier noch eine rote kriegen. Habe ich aber jetzt versäumt. Aber macht nichts. Den 100 Münzstern haben wir trotzdem. Können wir auch zweimal in einem Part sagen, weil... Weil wir es können, das... Ja, weil... Was soll man sonst machen, ne? Andere Sterne kann man ja nicht sammeln. Wobei, das sieht so aus, als ob... Ja, guck, das ist der Fake-Stern. Das ist der Fake-Stern. Ah, da ist eine rote Münze. Und das ist der echte Stern, weil hier geht der Weg noch tausendmal länger. Und da ist so dieses große Schloss, das vom Himmel fallen soll. Das investiert... Ah, guck, rote Münze, aufpassen. Da hast du fast vergessen, ne? Da hinten war noch eine rote. Die hole ich mir auch direkt. Also da auf der anderen Seite, da wo der Fake-Stern ist. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Fake-Stern ist, weil rote Münzen gibt es hier schon. Und dann kann ja eigentlich nur noch einer von denen richtig sein. Danke, Lakitu. Hast mich schon zweimal in dem Level getrollt. Ja. Und dann auch noch erfolgreich. Das muss man sich mal reinziehen. Von dem Lakitu getrollt. So. Und darf hier auch nicht zu hastig sein. Das ist ja schließlich ein Level, wo es einen bodenlosen Abgrund gibt. Wobei ein Sturm eigentlich. Fragt sich, warum dieses Tier nicht... Warte mal. I don't know, but they're like you, man... ...drinks... Ja, machen wir... Also wir sollen... Okay. Wir sollen irgendeine Kanone im Vulkan nehmen. Oder warte mal. Zum Vulkan nehmen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Zum oder? Nimm mal dieses Lesen. At the Vulcano. Also am Vulkan. Da müssen wir einen Vulkan... ...ne Kanone am Vulkan nehmen. Die schießt uns dann irgendwo hin. Also mit der können wir uns irgendwo hinschießen. Der ist ein Felgstern. Durchnehme ich gar nicht erst. Also... Wobei Leben kriegt man dadurch schon. Aber hier war noch eine rote. Darum bin ich eigentlich hier. Ach komm. Hier, da kann ich auch drauf. Wow. Da ist ein Flygall. Die sind richtig böse. Nehmen wir auch mal die Plattform, die dazu bestimmt wurde. Dass wir nicht einfach irgendwie an Wänden rumspringen. Die... Ja, die uns das alles vereinfachen. Nein, wir wollen ja... ...wirklich den richtigen Weg. Wo? Hier war ein Flygall. Eine rote Münze. Genau. Da musst du erstmal sterben. Der Flygall, der macht irgendwie gar nichts aus. Zack. So können wir uns das auch holen. Ganz stylisch. Dann haben wir da noch was. Aufpassen. Nicht runterrutschen. Vielleicht ein paar Münzen. Ja. Also unnötig. Ja, wobei unnötig. Das ist ja toll, dass hier überhaupt so viele Münzen sind. Man sollte immer dankbar sein. Und hier ist der echte Stern. Der... ...echte rote Münzstern. Gut. Springen wir erstmal hier wieder runter. Und holen uns den nächsten Stern. Der deutlich schwieriger zu bekommen ist als dieser hier. Oh, mein Hals irgendwie. Das ist komisch. Da frühstückt man einfach einmal so richtig hart und das bleibt den ganzen Tag. Das bleibt einfach den ganzen Tag. Naja, es ist halt so. So ist das Leben. Ja, dann sollte man das Essen vielleicht auch mal ein bisschen besser durchkauen. Wäre natürlich auch eine Option. Aber hey, ich bitte euch, wenn man Hunger hat und gerade am Frühstücken ist und direkt hier loszocken will, dann ist es ja klar, dass man nicht die Zeit hat, das Essen genüsslich durchzukauen. Also, Essen genießen? Nee. Nee, wie geht das denn? Das hat man mir nie beigebracht. Nee. Ach komm, flygeil. Ich esse ich gleich auch. Und das werde ich genüsslich machen, ja? Dann werde ich das genüsslich machen. So, hier auf die, auf dieses Teil hier, auf die Wolke. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt, ne? Aber auch so eine schmale Wolke, die ist so ein bisschen... Wow. Aufpassen. Ja komm, hier ist noch ein Goomba, den können wir direkt mal killen. Und die rote Münze sammeln. Eine fehlt noch. Die müsste hier eigentlich auch noch sein, also... Ich verstehe nicht, warum hier keine sein sollte. Es sei denn, da unten fehlt irgendwo eine, aber ich... Meine, ich hätte alles mitgenommen. Da sieht man es nochmal. Dass wir nochmal alles im Überblick haben. Alles haben wir. Ja, die Bombe hat sich gerade gefreut. Ach, sind das hier tolle Ringe, ne? Das ist auch toll. Also, es ist halt so Verschönerung da. Das muss man mal so festhalten. Und hier muss man aufpassen. Ich glaube hier, wenn ich hier einmal um die Ecke gucke, dann ist da eine rote Münze. Nein? Okay, dann nicht. Ich hoffe, ich muss hier nicht irgendwie mal runterspringen von irgendeiner bestimmten Höhe jetzt hier nochmal runterspringen und dann den ganzen Weg nochmal hoch, weil das wäre ja nervig. Das wäre... nicht sehr toll. Haben wir hier was? Da haben wir einen Flyguy. Und direkt noch einen Lakitu hinterher, weil diese toll sind, die Dinger. Okay. Hier auf den roten Platten kann man natürlich auch sehr schnell rote... Autsch. Das muss ich mir jetzt reinziehen. Boah. Das ist geil. Und ich wette, ich komme jetzt noch nicht mehr hier raus. Genau. Yeah. Aber das ist stylisch. Das ist richtig geil. Ja. Ich habe ja zum Glück einen Save-State an der Stelle gesetzt. Haben wir diese unsichtbaren Wände? Die nerven voll. Ja. Aber das soll man machen. Das gehört zum Leben. Die unsichtbare Wände. Ist da vielleicht die rote Münze? Nein. Nein. Okay. Ja, okay. Nur ein guter... Nur ein toter Chakya ist ein guter Chakya. Deshalb schmeißen wir den jetzt runter. Hat nicht geklappt, aber... Dann wäre er richtig tief runtergesegelt. Der arme Chakya. Komm. Jetzt werde ich aber... Übermäßig hier mit unsichtbaren Wänden zugespampt. So. Da lang. So. Jetzt kommt's. Jetzt klappt's, ne? Also ich finde... Allein durch diese zwei unsichtbaren Wände ist es schon fast unmöglich, hier ohne es selbst jetzt durchzukommen, wenn man nicht weiß, wo die unsichtbaren Walls sind. Okay. Das war jetzt eigentlich eher... Ach komm, Mario. Da finde ich noch nicht mal eine Ausrede zu. Aber hier sind auch viele Gegner. So. Hier nochmal den... Schön zurecht dreschen. Aber rote Münzen sind hier auch nicht, ne? Keine roten Münzen für mich. Da hinten ist auch noch so eine Plattform. Oder? Da drüben. Wenn man das mal anguckt, dann ist da... Ist da... Ist da... Ist da... Ist da irgendwas Rotes? Doch, da ist so eine Plattform. Da muss ich vielleicht runterspringen. Gut, dann hole ich mir jetzt erstmal den Stern. Ist ja direkt hier um die Ecke. Wobei ist das... Ne, da ist auch nichts. Okay. Ja, kann ja immer mal sein. Dann, äh... Kommen wir auch direkt ins nächste Level. Also, dieses Level ist wirklich kurz. Naja, was soll's. Ja, es ist ja nichts dagegen. Es ist halt ein Ding des Möglichen. Okay, warte mal. Dich bring ich jetzt erstmal um. Kann ja sein, dass hier hinten noch so eine rote Münze ist. Ne, okay. Dann nicht. Dann gehe ich mal davon aus, dass das ein Echter ist. So, okay. Das ist auch ein Echter. Ja, allein dadurch, dass der ganze Weg schon so... lang ist. So. The Beat of the Sky. Ja. Das geht voll ab, der Beat. Und wir sind hier bei den... Wo sind wir? Achso, bei der Brücke. Okay. Dann möchte ich nochmal gucken, ob da vielleicht auf dieser roten Platte, die ich da gesehen hab, die rote Münze ist. Ja? Ne rote Münze auf der roten Münze. Wobei, das könnten auch diese Münzen sein. Es könnten irgendwelche Münzen sein, die man halt in... Tohu sammelt oder so. Keine Ahnung. Ich kenn mich da halt nicht aus, wie gesagt. Ach, na, ist klar. Aber Münzen sehen halt... Die sehen halt aus wie Münzen und dementsprechend würde ich auch erraten, dass das vielleicht etwas Sammelbares ist. Vielleicht sind das jetzt nicht so die Münzen für Tohu, aber irgendwas wird schon... sein. Oder es war natürlich hier der Hintergrund, dieses rote Leuchten, aber will ich mal nicht hoffen. Doch, da unten ist was. Da ist etwas. Und das führt bestimmt zum Castle, kann das sein? Okay, jetzt springen wir gekonnt dran vorbei. Oder da ist ein Stern, aber das würde keinen Sinn ergeben, weil wir bereits alle Sterne haben könnten. Ach komm, das schaffen wir jetzt aber. So, einfach mal hier runterspringen. Ach komm, Mario. Ach Quatsch, das ist sogar noch die falsche Ecke. Dann ist Mario natürlich voll falsch. So. Es gibt ja auch Möglichkeiten, Luigi zu spielen, indem man in Toad's... Ach komm! So. Indem man zum Beispiel in Toad's Tool... Wie heißt das hier? L is real 1000... Ich weiß gar nicht mehr, was war das? 1024 eigentlich gibt's? Was war das für eine Zahl? Ich weiß gar nicht mehr, welche Zahl das war. Auf jeden Fall L is real, weil der so real ist. Und die rote Münze ist halt nicht real. Wir suchen sie. Aber wo ist sie? Wo ist die gute rote Münze? Die ist nicht hier. Die kann man ja auch von weitem sehen, gerade so, durch diesen Trick. Hui. Ich sag hui, so oft. So, nehmen wir uns mal hier den Fake-Stern. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Münzen... Äh, Leben. Münzen kriegen wir dadurch nicht. Aber vielleicht sind wir hier so ein bisschen näher dran. Wir sind hier halt mittiger im Level und können uns dann hier angucken, ob es hier vielleicht Möglichkeiten zur Münzversteckung gibt. So, am besten hier hoch und dann runterfallen. Das ist immer die Taktik des Meisters. Das hat auch schon... Immer geklappt. Ach komm. Mal... Hat man dir überhaupt ein Hirn mitgegeben, Mario? Bitte. So. Jetzt wollen wir mal anständig hier gucken. Aber es kann halt überall sein, ne? Es ist... Wobei überall ist auch übertrieben. Wir haben irgendwo noch nicht richtig geguckt. Vielleicht hinter dem Haus. Das wäre wahrscheinlich so eine Stelle, wo ich selten hingucken würde. Nee, doch nicht. Okay. So, dann kann ich hier nochmal runterspringen. Ich gehe nochmal das ganze Level durch. Ausschließen will ich nichts. So, wenn wir hier rüber springen, dann können wir hier nochmal hin. Ja, also... Ach genau, das mit dem Sturm. Was? Okay, Goombas können neuerdings auf... Sturm laufen. Warte mal, ich springe mal hier runter. Ja, das ist irgendwie sinnlos, dass der Goomba da auf dem Sturm laufen kann. Okay, da ist schon direkt tot. Aber der Goomba kann auf dem Sturm laufen. Hä, wo ist der? Da war doch gerade ein Goomba, der auf dem Sturm gelaufen ist. Oh Gott, wo ist der Hund? Da ist der Goomba, da. Habe ich den noch gesehen. Wow, der ist echt der Skiller, der läuft auf dem Sturm. Also sowas würde ich mich ja nicht trauen. Ah, echt immer diese Goombas. Die trauen sich auch alles. Haben wir nur ein Leben. Ah, okay, hier ist der Eingang. Gut, äh... Ja, hier bringt es mir auch wenig. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, die Level an sich bekommen immer weniger Sterne. Ja. Wir haben auch jetzt schon 60. Das ist eine ganz gute Menge. Und lange wird es auch nicht mehr gehen. Zack, auf dich drauf. Ah, den Sprung werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Bis da drüben. Ich setze mal hier mal eine Zwischenlandung. Eine Notlandung. So, ist hier vielleicht was? Nein. Ja, dann kann natürlich noch da oben auf den Säulen was sein, wo ich gerade schon vorbeigeguckt habe. Danke. Aber hier kann man auch schnell sterben, ne? Ich bin hier gerade nur 2 cm gefallen und schon bin ich gestorben. Was ist das denn? Was geht? So, dann hier rüber. Ja, komm, suchen wir nochmal auf diesen Säulen. Wobei, hier habe ich auch was gerade gefunden. Ja, und das ist die nächste rote Münze. Die letzte. Ein sehr schöner Fang. Dann können wir auch jetzt direkt zum Stern. Das ist sehr toll. 61 Sterne. Das ist meine Fresse. Das ist schon mal die ganze Menge. Ich muss das immer wiederholen, weil wir sind bald mit dem Spiel durch. Ja, sag ich immer. Und uns fehlt immer noch ein Schalterpalast. Wo könnte der sein? Ach so, genau. Wir müssen jetzt da rüber. Mit einem Double-Hechter. Mit einem geskillten Double-Hechter. Einfach mal so rüber und dann haben wir es. Zack. Ja, die Sprünge sind ja eigentlich auch nicht schwierig. Und ich denke, das ist auch alles ohne Safe-Sets machbar. Äh, ja. Wenn man hier nicht gerade blind durchgeht, vielleicht? Ich weiß nicht. Ich meine, es gibt immer solche Stellen, wo man sterben kann, ja. Hier nochmal hoch. Also, wo man überhaupt nicht weiß, wie man jetzt weitergeht. Wo was jetzt besser angebracht wäre. Ein Dreifach-Hechter. Äh, Dreifach-Sprung mit diesem Huhu-Sprung. Ihr wisst schon. Den hier, warte. Eins, zwei, drei. Und den hier. Oder halt ein Hechtsprung. Das waren auch zum Beispiel Sachen, die in 1974 recht, äh, ja, zur Frage gestellt wurden. Ob das jetzt so gemacht wurde oder anders. Das war halt so ein Ding. Und, ja, es gibt halt immer solche Stellen. Und ich muss kurz was trinken. Das ist gerade richtig schlimm mit meinem Hals. Das geht gar nicht. Da haben wir jetzt auch mal, ähm, Vakuum in die Flasche gebracht. So, ah, jetzt geht's schon viel besser. Ah, ja, mein Hals. Alles schon viel besser. Also, ich bin ja in letzter Zeit weniger am Aufnehmen. Und, äh, dadurch ist meine Gesprächszeit, die ich aushalte, äh, wesentlich geringer geworden anscheinend. Und, ja, ich hab allgemein so das Gefühl, dass ich, äh, nicht mehr so... Ja, ich weiß auch nicht. Weil ich hab das halt lange nicht mehr gemacht. Bestimmt schon so eine Woche nicht mehr. Das Spiel gespielt hier. Oder, oder allgemein Let's Played. Weil, ja, da gab's halt ein paar... Wobei, eine Woche ist auch wieder übertrieben. Ist halt nicht mehr so oft wie damals bei Returns. Sogar vor Returns, da hab ich ja immer zwei Parts pro Tag gemacht. Das ist ein bisschen viel. Aber jetzt kommt halt so eine kleine Zeit, wo es halt nicht mehr so möglich ist. So, da ist unser 61. Stern. Jetzt gehen wir mal in Kurs, äh, 13. Ja. Den größten Teil der Kurse haben wir auch überstanden. Wobei, ja, die Level, die werden ja kürzer. Und dadurch hat man auch dieses Gefühl, dass es schnell vorbei ist. 1, äh, 96 Sterne. Natürlich nicht 91, sondern 96 Sterne hat das Level. So, ich geh noch mal kurz rein, weil ich hab das Gefühl, ich, äh, weiß nicht mehr, wie viele Sterne hier drin waren. Ich mein 3 Sterne, ein 100 Münzstern und ein Ausrufezeichenstern. 3 Sterne, ja, genau dasselbe, was ich meinte. Ich hab mir das Schild ja schon mal angeguckt. So, wie heißt denn unsere nächste Welt? Mushroom Volcano Crater. Okay. Ja, wir sind jetzt in einem Vulkan. In einem blauen Lava-Vulkan. Irgendwie komisch, dass hier nichts scrollt. Das sieht dem Level überhaupt nicht, also dem Level-Design überhaupt nicht ähnlich vom Brodude. Jetzt so in letzter Zeit wird ja sehr viel mit Scrolling-Textures gearbeitet. Hallo, hallo, hallo. This is the fantastic volcano of the big cannon. Okay. Well, it wasn't fantastic here, but I... It was fantastic here, but I do not need to tell you what is... Bla, 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 bla. Ja, genau. Du musst mir nix sagen. Eigentlich hast du mir überhaupt nix gesagt. Du hast mir nicht mal die Kanone geöffnet. Also hast du überhaupt keine Daseinsberechtigung. Ja. Die Bombe ohne Daseinsberechtigung. Ohne Wahlrecht und, äh... Typisch, dass Münzen einfach in der Lava verschwinden. Wobei, wir hatten ja schon mal ein Vulkan-Level. Also, ja, Lava-Level, so. Wir hatten halt diese Lava-Höhlen. Und jetzt gehen wir halt irgendwie so einen Gipfel hoch. Ja. So. Wenn du mir nix zu sagen hast oder die Kanone zu öffnen hast... Warte mal, das war irgendwas mit zwei, das hat immer irgendwas mit Zahlen zu tun. All diese großen Kadamers. Ich habe gehört, dass sie zwei blaue Karten geben. Wenn du sie zerstampft. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Danke, dass du mir diese unnötige Information gibst, die ich selbst schon weiß. So, dann einfach mal hier. Wobei, ihr seid... Die sind aber nicht groß, ne? Die sind klein, ne? Die geben aber auch nur einem. Sehr genau. Ich habe jetzt gedacht, das trifft auch auf die Kleinen zu. Weil ich habe jetzt gerade einen Fehler in der Optik. Die sahen für mich so ein bisschen groß aus. Die waren schon groß, ne? Das waren so richtig fette Säue. Die sahen so fettgefressen aus. Die von Meckes, weißt du? Frisch aus Deutschland. Nur das deutsche Fleisch, ne? Hm? Steht immer auf den... Das steht ja immer auf den Tüten von den Chicken McNuggets. Ja, das ist nur von deutschen Hühnern oder was weiß ich nicht alles. Weil das war nicht mal deutsch. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Auf jeden Fall stand das so, ach, das ist nur von diesem Land. Und dabei glaubt denen... Denen glaubt das kein Mensch. Ich meine, es ist unmöglich, dass alles... Alles Hühnerfleisch, was die bei McDonalds verkaufen, nur hier produziert wurde in Deutschland. Wie viele Schlachthöfe sieht man hier schon so, die ausreichend sind für diese ganzen Meckes-Filialen. Das ist ja in jeder Stadt eine. Ja, also, das muss man auch mal festhalten. Allein bei uns sind hier schon zwei um die Ecke, ja. Und die sind... Ja, wie soll ich sagen? Die sind so nah aneinander, da hab ich mich echt gefragt, wieso macht man sowas? Okay, davor war natürlich Burger King da, an der zweiten Filiale, die in der Nähe ist. Und natürlich wollten die die erstmal so richtig abkaufen. Warte mal, wir können hier auch einen Dreisprung machen. Der lag, der nervt natürlich. Ja, da haben die sich wahrscheinlich gedacht, ach komm, bevor die uns hier noch Konkurrenz machen, da kaufen wir die lieber auf. Kann ich mir so vorstellen. Ja, ansonsten... Also, direkt um die Ecke hier am Bahnhof gibt's einen Meckes. Dann gibt's noch in der Innenstadt einen Meckes. Ist nämlich, äh, knappe 50 Meter davon entfernt. Ist sehr toll, da kann man sich immer aussuchen, wo man hingeht. Ja. Dann kann man zum Eilen hingehen und wenn man dann zum zweiten, wenn man in die Richtung zum Hauptbahnhof geht, kann man ja schon anfangen zu essen und dann, äh, wenn man dann fertig gegessen hat, dann kommt man direkt beim zweiten an und kann sich direkt einen Nachschlag holen. Das ist sehr toll, bestimmt. Das ist jetzt nicht so, was ich mache, aber... Aus der Logik würde das funktionieren. Bitte nicht an der Kante, weil da wird Mario unter... ...kommen, da wird der sterben. Ach, drei Münzen, das ist mir zu wenig. Das ist... Ach komm, drei Münzen ist mir zu wenig. Ach komm, ein Tod ist mir zu wenig. Das sind immer noch drei Münzen. Was wollt ihr von mir? Ach komm, Chakia, du bist doch ein guter Mensch. Ein guter Mensch bist du. Du warst schon immer sehr gut. Ja, immer noch drei Münzen. Ich hab irgendwas mit der Zahl 3 und, äh, Mario auch. Ey, ist aber auch fies gemacht hier mit dieser kleinen Plattform. Ey, Mario kann ja praktisch hier gar nichts machen, das ist... Da fällt immer irgendwas runter. Ach komm, ey, ich hatte doch grad diesen Winkel. Ja, komm, ey, jetzt fällt alles runter, weißt du? So vielleicht? Nein. Ah, diese Chakias immer. Das ist grausam mit denen. So, 4. Ha, ich hab dich übertrumpft. Ich hab den Chakia so richtig abgezockt, sein Pausengeld weg... Äh, ja, weggenommen. So richtig böse, wie ich bin. Ist ja auch egal, der ist jetzt sowieso tot und dem stört's sowieso nicht mehr. So, hier haben wir noch ein paar Kedema Goombas. Kedema Goombas. Oder Double Speed Goombas. Hab die lange nicht mehr so genannt. Oh, jetzt haben wir hier so ein Altar. Machen wir den erstmal tot, hier den Goomba. Den armen Beten, den Goomba. Wir kommen in seine heilige Stätte und zerstören ihn. Aber der Lag ist wieder groß. Da würde mich echt mal interessieren, ob das wirklich etwas bringt, auf Project 64 2.1 oder so zu wechseln. Vielleicht hilft das dann auch besser der Aufnahme, weil es da nicht mehr so laggen würde. Ich weiß ja nicht. Ich kenn mich da nicht so aus. Ich hab's mal ausprobiert, da zu dem Zeitpunkt von... Wie heißt das hier? Wie heißt das da? Diesen Winterhack von Kase. Äh, 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 äh. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Da hat's ja auch immer ziemlich gelaggt, weil da so viele Polygone waren, wahrscheinlich. Ich geh mal davon aus. Das sah jedenfalls alles sehr... Detailreich aus, allein schon, weil's gerippt wurde. Diese Mario... Paper Mario... Wie heißt das hier? Hier, Schloss von Peach, das Paper Mario Schloss. Gab's ja auch da, und, äh... War schon alles sehr detailreich. Man hat natürlich auch sehr viel Custom-Zeug reingebracht. Das bringt ja nochmal zusätzlichen Lag anscheinend. Komm, hier, dich kann ich ja runterownen. Vielleicht landest du ja irgendwo sicher, wo ich dich bald noch... Das hätte da noch gespawned. Also ich hab eigentlich gedacht, dass das jetzt schon außerhalb der Scanner-Reichweite wär. So, ich kann vielleicht hier nochmal was erreichen. Ja, Mario, bitte noch einmal. Ja, bitte noch einmal. Ja, bitte noch. Okay, da ist nix. Um die Ecke auch nichts. Dann können wir uns den Sternen mal anvertrauen. Gut. 62 Sterne. Äh... Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich die Folge beenden soll. Ich bin total außerhalb der Scanner-Reichweite. Nee, ähm... Ja, beende ich die Folge einfach jetzt, denke ich mal. Ich hab ja schon die ganze Zeit rote Münzen im anderen Level gesucht. Da hinten ist die Röhre, aus der wir gekommen sind. Gut. Ja. Dann werden wir uns beim nächsten Mal hier auf dem gelben Pilz treffen. Und schaltet dann auf jeden Fall wieder ein. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.